Wer kommt wohl alles mit, ich bin gehypt. Ich hab bis jetzt auch gar nicht gezockt, ich hab nur zugeguckt, ich bin 0% eingespielt. So viel Gameplay geschaut, aber nicht einmal gezockt jetzt. Aber jetzt sind auch nur 16 da, das wird glaube ich ein Schwanter. Vielleicht sind ein paar Pro-Player weg. Direkt so fassen mich. Oh, einer kommt zu mir. Irgendwie kann er. Er hat direkt einen Hit von mir. Max Albert, komm schon, Bruder. Mach doch nicht diesen Digga, er macht den Stream-Snipe. Also, Max Digga. Also, Max. Mach doch nicht diesen. Und dann ist er sogar noch Solo unterwegs gewesen. Ja, Moin. Da muss er nicht schossen. Er hat ziemlich viele Roboter gelandet. Wie kann man das Geld gewinnen? Ja, ganz easy einfach. Nova hat ja hier schon gewonnen. Ich werde ihn einfach nach dem Stream hier per Mail anschreiben. Und frage ihn halt, ob er so Paysafe, dies, das, Ananas will. Ja, und dann schicke ich ihm wie gesagt einfach den Code und fertig ist das Ganze. Also, das ist nicht schwer. Also, das ist nicht schwer. Hast du mich gekillt war meine erste Runde? Ja, ich habe mich ja gesehen, Max. Du hast ja... Du heißt hier auf YouTube, Max Albert. Und hier auch im Spiel, also. Ja, da weißt du ja direkt, dass du es bist. So. Gar nicht schwer. Ghost hat Lost Locke gekillt. Lol. Ah, Lost Locke ist auch drin. Ja, Moin. Ich habe bis jetzt ja nicht einmal sehen können, Digga. Nur gestern halt, nicht heute. Was ist das? Warum kommt da so ein GG-Smiley die ganze Zeit? Was soll das? Ist das ein Bug? Was soll das, Digga? Du musst mal herkommen drüber. Das ist voll strange, Digga. Du brauchst einen Attack? Nee, alles gut. Ich habe auch, ich habe hier lila eine Pump und lila eine taktische Shotgun. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich nehme lieber MP. Was ist hier? Nochmal? Da ist die ganze Zeit irgend so ein Smiley, der die ganze Zeit eingeblendet wird und wieder ausgeblendet wird. Weißt du was ich meine? Ist so strange, Digga. Nein, ich bin nicht. War wahrscheinlich bei mir nur so. War voll strange, Digga. Findet ihr den Skin schon geil, was du hast mit Oberkörperfrei, Digga? Gibt es den Skin mit Oberkörperfrei, Digga? Gibt es den Skin mit Oberkörperfrei, Digga? Du wirst dich gar nicht sehen. Weil ja das auf diesem Account zocke ich eigentlich gar nicht so viel. Das ist einfach nur der Account jetzt für Custom Games. Sonst zocke ich eigentlich ganz normal auf meinem Box in meinem Browser-Account. So wie man es kennt. Und danke für den Bigness, ne? Ja. Bis jetzt sieht es gut aus, ne? Sind noch neun Spieler am Leben? Könnten wir ehrlich gewinnen, Digga. Ich schwöre. Fair nice. Lass uns Supply Drops holen. Ja. Was hast du für ne Sensi? So 0,75 Digga. So das hab ich. Also ich bin eher so Low Sensi Spieler. Okay, wir sind am Arsch. Renn, Nova, renn. Renn um dein Leben. Oh ne. Renn um dein Leben. Scheiße. Die wissen auch nur, dass wir hier sind wegen streamen, Alter. Ich schwöre. Ich hoffe es gar, ich hoffe es gar, ich hoffe es gar, ich hoffe es gar. Ein Sniper? Na gut, okay, wäre eigentlich ganz gut. Warte, ich kann Beagle mitnehmen. Mach. Der Roboter ist ganz oben. Weiß ich gar nicht, Digga, ich wollte sein Handy treffen, Alter. Okay, okay, okay. Okay, ich muss da weg, hau rein, wir sehen uns. Viel Glück, Nova. Ich hab Jumped geplaced. Das ist mir too much, Digga. Nee. Er verfolgt mich. Wir müssen uns zerstören. Ja. Ja, der verfolgt aber auch nur die. Ja, er verfolgt nur mich, Digga, ich schwöre. Ja, safe FreeCypher, ich wett auf alles. Ich wett auf alles, Digga, scheiße. Aber ich bin jetzt komplett weg, hier kann er mich nicht finden. Wie gut. Ah, das ist ein Urteil. Ich brauche unbedingt Heilung wieder. Scheiße. Da verfolgt die halt immer noch. Krank, Digga, scheiße. Scheiße. Ja, ist schon ein Erfolg, Digga. Ey, guck, dieses Video auf. Auf hundertprozentig. Ja, musst nur gucken, in welchem, äh, Abteil ich bin, ne? Welche Stockwerke, weißt du? Okay, okay, nicht schlecht. Aber jetzt mach ich den hier. Boom, let's go. Okay, Sticker. Digga. Oh mein Gott. Er jagt mich. Er jagt mich. Fuck. Okay, hab ich eine Selbstverstörung gemacht. Nice, Ehre, Junge. Oh mein Gott, wie er mich die ganze Zeit jagt. Nicht mehr normal. Er hat nur den Drumgang, wo es sich anhört. Boah, Digga, man hört deine gesamte Tastatur sehr schön. Ja. Krass. Oh, gut. War der alleine? Ja. Ja, Moin. Auf jeden. Auf jeden. Auf jeden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achso, hast du kurz, äh, Killfeed geschaut, wer das war? Ich hab ihn nicht hingeguckt. Ich schwöre. Ich hab auch nicht hingeguckt. Schade. Mist, Digga. Wird es noch Customs, äh, geben, Digga. Auf jeden Fall, Digga. Immer Samstag und Sonntags jetzt. Um elf Uhr. Und natürlich als Turnier, ihr wisst Bescheid. Hast du ein bisschen Snape-I-Moon? Äh, kein Ding. Ah, ne. Ehrlich. Max wurde vom Sturm erfasst. Schade. Max hier. Brauchst du jetzt? Äh, ja, ne, ich hab 400, das geht schon. Ich hab 1500. Okay, ich brauch was. Ne. Uuh. Äh, hier ist noch ne Pump. Ne, ich hab schon ne Lila-Tag. Ah ja, stimmt. Von mir. Ich glaub da kommt noch ein Roboter-Scheiß drin. Oder fliegt der runter? Ich weiß es nicht. Ne, der fliegt auch runter. Okay. Das weißt du nie, ob er runterfliegt oder ob das jetzt ein Roboter ist, der gleich kommt, Digga. Ich schwöre. Ist das krass. Und der ist halt echt nur auf mich gegangen, ne? Er hat dich komplett ignoriert. Ich schwöre. Ich hab' ich gedacht gesnaped. Ja, von hinten, Digga. Ich schwöre. Hier, andermann Roboter auf dem Berg. Oh Gott. Oh. 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 Alle kaputt machen. Jolo. Einen benutzen und alle kaputt machen, genau. Das ist so 31er Modus, aber juckt mich nicht. Okay. Nova, Nova, flieg auf jeden Fall bitte, please. Digga. Ja. Die sind so brutal mit dem Roboter und so. A32, er hitzt auf dem Berg Decker, wie weit er schießt Schwöre Er schießt vom Berg hierher, Alter Was geht ab? Was für eine Distanz Ich geh jetzt in den Roboter 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 Ja Ich bin schon Let's go, Liga Hat's den zu dir? Die Hände noch von der Seite nicht mehr Okay Oh, der integriert gleich Ja, Roboter geht kaputt Ohohoho Ich hab's noch gefloggt Lebst du noch? Ja, ich leb noch Hab keinen Zahn bekommen Ich hab Minis, ich hab einen Slayer Alles gut, mein Ding Ich hab Minis Oh mein Gott, die sind so viele, Alter Ich höre Gucken alle den Stream, Liga Ich bin am Arsch Und noch ein Roboter Erich Erich Was machst du hier? Erich Erich Hätte nicht gedacht, dass wir gegen Andac fighten Nie gedacht Und dann schießt er mich noch runter, okay? Ich komme Erich Ich halte einfach durch Ich bleib im Viereck Er nachher baufeilt gegen den Schieß gegen Roboter Schieß gegen Roboter Schieß gegen Roboter Ah, so ein kommt scheiße Oh, ich hab mir niemanden entgegeben Oh, über uns noch, ne? Über uns, okay, gut, gut Ja, ja Safe, Erich Safe, Erich Nein, Erich, du wirst mich nicht killen, ne? Ja, klar 35 Headshot habe ich Okay, gut Hast du Laufbefeuer oder sowas? Ne, ich habe selber Oh, hab ich überhaupt einen Kill hier? Ich weiß gar nicht Den habe ich nicht killed Ich habe vorhin vergessen, wen ich gegillt habe, ey! Wen habe ich gegillt? Keine Ahnung Alter Habe ich den in deinem Roboter gekillt oder wen habe ich gekillt? Was macht der? Leute, wen habe ich gekillt, einmal in die Chat bitte Ich weiß es wirklich nicht, Digga Wer ist? Ah, die kämpfen noch, Digga Das letzte ist 1 gegen 1, Digga bei denen Da sind noch zwei Solos Der eine hat noch White Life, White Life Ich habe keine Mets mehr Ich habe keine Mets mehr, Digga Scheiße Komm Bei mir oben Kann ich sehen? Mist Ja, okay Hab einen down? Nice Dender ist über uns Oh, dang I damage, ich hab keine Mäze, also das ist brutal Warte, komm her Nein, ich bin zu schnell, das geht nicht, sorry Ich bin zu schnell Aber ich hab ne bessere Idee Ja, der ist nach der Zone Ja, der wird an der Zone verrecken 31er Taktik Let's go Okay, ich hab den Kill für neuer Letzter Spieler, Digga, oh mein Gott, wir gewinnen das, Digga Wir gewinnen das, das gibt's, das gibt's doch nicht Ja, wo ist der? Ist dann in der Zone Wir müssen auffassen, dass er den Roboter da oben nicht kriegt Ach, hier ist der Hey, Lover, nimm den Roboter Da haben wir beide Roboter gegen ihn Oh mein Gott Der erste Digga Er kann nix machen Hinter mir Er ist hinter dir? Okay Ich komme Okay, du hast ihn Ja Der ist der falsche Anfrage Digga, wie viele Kills haben wir? Oder? Ich hab zwei Ich auch Vier Kills win, Digga Easy clap Ja, moin Ich gewinn meinen eigenen Customs Mit dem Gewinner Mit dem Gewinner Des Custom Gaves Und ja Nova1337, Digga Geiler Scheiß Geiler Scheiß Echt nice GG Digga, ehrlich Geiler Scheiß Ja gut Leute, dann würde ich sagen War ein schöner Livestream Ich hoffe es hat euch gefallen Mein Bruder streamt ja auch noch gleich Er heißt Boxing Man Bra auf YouTube Ihr wisst Bescheid Könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen Und sonst bin ich halt noch um 17 Uhr online mit Darkie Maus auf ihrem Kanal Wir machen ein bisschen Abbo zocken Ihr kennt es ja Ja, ich würde sagen Wir sehen uns Out rein Und ja, wie gesagt Gewinner Nova1337 Nächste Woche gibt es wieder Custom Games Turnier Da gibt es wieder natürlich einen 10er auf Nacken Für den, der 2 Wins holt Auf jeden Fall War ein richtig richtig schönes Custom Games Wir hatten wirklich richtig richtig gute Spieler Und richtig richtig schöne Szenen Hat mir echt gefallen Wir sehen uns Das sind sehr vorne Für uns Die Förse B